So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Syndicate Games auf dem BalaiaCraft Server, heute mit der lieben Negitron. Heyo! Ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ja, fangen wir doch an. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Ich würde sagen, hier oben links fangen wir dann mal an. Alles klar. Einfach nur Arena, Arena. Wollen wir Best of Five machen, so wer als erstes drei gewinnt? Ja, denke ich, ne? Ist am besten. Perfekt. Können wir also durchspielen und so sehen wir einmal die ganzen Lobbys oder Arenen. Ja. Ich hoffe, dass das mit meinen Frames jetzt klappt, sonst drehe ich am Rad. Ja, nicht so wie bei Survival Games. Ja, das war eben dumm. Aber naja, egal. Diesmal muss es einfach funktionieren. Oh, neun Sekunden. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, total. Aber ja, wirklich. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Okay. War kein Problem. Weil das coole ist, ich habe ja auch überhaupt fast überhaupt mal gar keinen Plan, wo hier irgendwelche Truhen sind. Da ist eine Truhe. Ich habe Feuerzeug. So, komm mal her da. Äh, lol. Oh, das ist ja so fies. Ich glaube, du wirst sterben. Nein, lass mich. Ich treff dich nicht. Ja! Nein! Alter! Ich hatte aber auch nur noch zweieinhalb Herzen. Oh mein Gott. Yay! Okay. Coole Sache. Alter. Okay, nochmal oben links, oder? Ja, ich werde mich aber allerdings einmal kurz auf Survival stellen. Also ich war eben auch schon auf Survival, aber ich meine jetzt hier draußen nicht, dass ich das Schild kaputt mache. Okay. Dann nehmen wir hier ein Org rein. Okay. Alles klar. Machen wir direkt weiter. Brauchen wir auch keinen Cut zu setzen. Juhu. So. Alter. Bist du gestorben? Jaja, pscht. Ich habe noch Gelegenheit. Ich habe noch Gelegenheit. Läh. Wir warten mal ab. Keks OP. Jaja, komm. Ist gut. Die Marie hört uns nämlich, aber sie traut sich gerade nicht zu erzählen. Sie ist mir nicht hier mit drin. Jaja. Ich packe den Channel in die Beschreibung. Abonnieren, favorisieren. So, achso, jetzt. Jetzt so. Ich habe Pfeile und keine Angst, sie zu benutzen. Cooool. Oh, nee, lass mich in Ruhe. Nein, nein. Lass mich hoch. Lass mich rein. Wenn ich nervös bin, dann weiß ich mal nicht, wo ich hinspringe. Und ich finde keine Kisten. Scheiße. Geh runter. Pfeile runter. Pfeile runter. Also, jetzt runterfallen. Nein. Oh, ich habe nichts gefunden. Eins zu eins würde ich sagen. Ja, hast du recht. Schönes Feuerwerk. Ach, ist das schön. Ach, wunderschön. Ach, dieses schöne Feuerwerk. Und die Frames sind gut. Die Frames sind gut. Das Wort, die der meisten. Hier, wir geben den Cloud rein. Äh, jup. Alles klar. Alter, richtig cool. Das macht voll Spaß. Ach ja, schön. Warte. Funny, funny, funny. Ich sehe schon eine Truhe. Cool. Trotzdem nehme ich dich auseinander. Ja, das würden wir mal sehen. Ja. Ja, immer erstmal große Klappe haben. Das ist meine Taktik. Das kann ich sehr gut. Ja? Ja, mache ich auch beruflich. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, bei Syndicate Games bin ich immer so Hammer aufgeregt, ey. Ja? So wie ich vorhin? Ja, es ist aber richtig krass, immer bei Syndicate Games bei mir. So ganz nervös. Ja. Oh scheiße, jetzt bin ich im Wasser gefallen. Oh, deswegen gehe ich hier schon wieder mal gut an mit mir. Oh, wo sind hier gestern? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Lauf! Okay. Okay. Bitte sei nicht. Bitte, bitte. Yeah, wow! Sehr cool. Wo bist du? Äh, was passiert hier gerade? Das ist normal, dass angezeigt wird. Guck mal, da ist jemand. Oh nein. Oh nein, ich habe Angst. Ich brauche was zu essen. Ich habe sonst Probleme. Und ich finde dich nicht. Nein, hier ist keine Truhe, okay. Hallo, lässt du mich? Mein Junge. Alter, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn es donnert. Ganz ruhig, es tut dir nichts. Doch, doch. So, hier. Schuhe habe ich jetzt auch schon. Kann doch nicht wahr sein, Mann. Alleine so groß ist die mehr, Penny. Wo bist du denn? Ja, gell? Das ist voll komisch. Du bist so richtig ultra klein, aber trotzdem finden wir uns in dieser Zeit nicht. Bitte das zu essen. Oh ja, danke. Oh mein Gott. Da ist doch eine Truhe, sehe ich gerade. Ich würde es trotzdem mal interessieren, wo du bist. Ja, mich würde es auch mal interessieren, wo du bist. Äh, okay. Achso. Wasser. Oh nein, nicht runterfallen. Oh nein, man kann ja keine Kuchen setzen. Wir öffnen Open Mission. Du kannst keine Kuchen setzen? Nein. Müssen wir aber ändern. Ja, ich glaube auch. So. Ach ja, einfach mal nach oben. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Alter. So, komm her. Küste. Uh, uh. Bitte, bitte, bitte. Ah. Das gibt es doch nicht. Wo bist du denn? Alter. What the fuck? Wir finden uns einfach nicht. Selben Grad. Stirb. Oh. Yay! Wow! Oh nein, oh nein. 2 zu 1. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. 2 zu 1. Alter, Herzinfarkt, Moment. Hey, geil. Aber wir haben uns die ganze Zeit nicht gefunden gehabt. Ja, okay, aber 2 zu 1. Ja, jetzt gehen wir ins LOL. LOL. Kommt ihr bekannt vor? Ja, nö. Kenn ich nicht. Nee, okay. Alter, 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 alter. Alter, wie geil, ich liebe Syndicate Games über alles. Und meine Frames laufen, das liebe ich noch viel mehr. Und vor allem diese Map läuft bei mir ganz gut. Joa, da kommen auch demnächst irgendwie wann denn mal auch noch mehr hinzu. Das ist cool. Naja, wir wollen ja ein bisschen abwechslungsreich hier sein. Ja, sicher. Ja, Siggi. Lauf, lauf, danke. Äh, nee, keine gute Tour. Okay, meine Kisten. Wo seid ihr denn alle? Okay, ich finde mal gerade gar keine. Ja. Geht's dir genauso? Ja, also nein. Nicht so ganz. Wo bist du denn? Ich möchte nur mit dir spielen. Ich werde doch durchspielen. Oh, oh, oh. Okay, jetzt wird's lustig. Nein! Yes! Alter, ich hab ein halbes Herz. Ah! Oh, 2 zu 2. 2 zu 2. Die letzte Runde entscheidet jetzt. Okay, welche wollen wir denn? Deathmatch oder Small Town? Warte, ich bin doch damit beschäftigt, mir mein schönes Feuerwerk anzusehen. Ja, ja, ja. So, jetzt. Okay, welches wollen wir? Deathmatch, würde ich sagen. Oder passt doch. Ja, passt perfekt. Hast du recht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh je. Ich hoffe, ich finde ganz viele Truhen. Ich halte immer auch schon, wenn ich jetzt die Steheraussicht nach irgendwelchen Truhen immer. Mega spannend. Mega spannend, einfach nur. Oh mein Gott. Okay, okay. Selbst in so einer spannenden Situation gibt Negi hier noch Support. Natürlich. Was muss das los? Immer allzeit bereit, die liebe Negi, Tron. So. Oh, sehr geil. Ab geht dafür. Ich glaub, du wirst sterben. Nee. Hihi. Nein. Nein. Lauf, lauf, lauf. Wie viel TRT hast du denn? Ehrlich? Okay, ich muss versuchen. Ah, warum treffe ich dich nicht? Lauf. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Yes. Oh, ja, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach schön, ich freu mich. Ach ja, erstmal schön die Syndicate Games gewonnen. Hast du ja so toll gemacht. Ich bin ja so stolz auf dich. Also eine Revanche ist auf jeden Fall hoffentlich drin mit uns beiden. Muss sein, muss sein. Okay, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir. Ja, war cool. Liebe Leute, schaut auf jeden Fall mal bei dem lieben Domi mit bei. Der Link zum Channel findet ihr auf jeden Fall unter der Beschreibung. Hier. Ja. Dito, Dito. Und dann sag ich noch, wenn ihr mal Bock habt, hier mit uns vielleicht Survival Gate, Gate, Survival Gate Games. Ihr wisst, was ich meine dazu stelle. Kommt einfach rauf. Server.ballercraft.de Und dann sag ich doch mal Tschüss bei und bis zum nächsten Mal. Juhu, Tschüss.